Die Rehau Rohrfußbodenheizung. Ein System, viele Varianten. Zum Beispiel die Rohrträgermatte. Zunächst wird der Rehau Randdämmstreifen mit Folienfuß selbstklebend an der Wand fixiert, dann die Wärme und Trittschalldämmung ausgelegt. Die Rehau Abdeckfolie schützt vor Feuchtigkeit. Auf der verzinkten Rohrträgermatte werden anschließend die Drehclips, die den späteren Rohrverlauf vorgeben, mit dem Setzgerät fixiert. Das Tacker-System. Die Wärme- und Trittschalldämmung wird als Roll- oder Faltbahn verlegt. Mit dem Tackergerät und den Tackernadeln wird das Rautherm S-Rohr entsprechend dem aufgedruckten Verlegeraster auf der Dämmung befestigt. Die Noppenplatte Mini. Geringe Aufbauhöhe und schnelle Regelbarkeit sorgen für ein behagliches Wohnklima. Der Hakenfalz sorgt für die gute Verbindung. Die Noppenplatten haben eine feuchtigkeitsdichte, thermoschockbehandelte Oberfläche. Das Rautherm S-Rohr 12x2 wird zwischen den Haltenoppen fixiert. Fußbodenheizungssystem und Estrich ergeben zusammen eine Aufbauhöhe von nur 52 mm. Ideal für die Nachrüstung. Auch im System Noppenplatte sind Wärmedämmung, Rohrhalterung und Feuchtigkeitssperre in einem Bauteil vereint. Wie bei der Noppenplatte Mini wird auch hier nur ein Werkstoff eingesetzt und der ist zu 100% recyclingfähig. Das vereinfacht die Entsorgung von Materialresten. Fußbodenheizsysteme von Rehau. Praktisch und komfortabel zu installieren. Bei der Verlegung anfallende Restlängen gehören der Vergangenheit an. Am Ende des Rohrbunds binden Sie mit der unlösbaren Verbindungstechnik Schiebehülse einen neuen Rohrbund an oder verarbeiten Restlängen. Aufwendige Berechnungen zur Vermeidung von Rohrverschnitt entfallen somit. Aufeinander abgestimmte Komponenten wie Verteiler und Verteilerkästen sowie die Regelung runden die Rehau Produktpalette Rohrfußbodenheizung ab. Optisch ansprechende Raumtemperaturregler mit einem einzigartigen Montagesystem in vielen Farben sorgen für Heizkomfort pur. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.